Willkommen zu Let's Play Super Mario Maker von Nintendo 3DS Meme! Man überlegt ja auch immer instinktiv irgendwie AAAAAAAA! Was? Seid ihr krank? Also jetzt bitte nehmt eure, euer, euer Gegenmittel. Da ist mal wieder haschisch im Office. Nutze den Unterbereich und erreiche das Ziel. Den Unterbereich? Soll das heißen? Ich muss mein Schwänzchen nutzen oder was? Uhhh! Zu Käfer Mario wird Mario immer dann, wenn er einen Käferpanzer als Helm aufsetzt. Nein! Wirklich! Ich dachte er muss sich einen KFC-Bucket aufsetzen. Chicken Mario, oh yeah. Yes! Na endlich! End... Hier könnte man theoretisch auch nochmal, äh... Was? So, was? Aber gut, man lädt halt nie aus, dass Marius Schwanz relativ hart ist, das wusste ich. Jetzt hat es auch Boss & Junior zu spüren bekommen. Oh! Aber so kann ich cheaten! Nee! Hehehehe! Hehehehe! Ja gut, ich nehme einfach... Oh, da bin ich ein Pfosten, Alter! Ja, ich bin ein Pfosten-Lol! Erreiche das Ziel, ohne von einer Clown-Kutsche getroffen zu werden. Boah! Was? Ich dachte, da kommt so eine kleine Animation, dass ich erst mal Platz nehme. Aber nö, der schmeißt gleich mal den Motor an. Ah! Wir bleiben bei Clowns-Kutschen. Und dieses Modell hier ist jetzt von Lamborghini. Boah! Kann ich das nicht mitnehmen? Ernsthaft? Da ich es nicht mitnehmen kann, muss ich mir eine neue besorgen. Da ist sie auch schon. Das ist jetzt ein Porsche. Porsche-Clown-Kutsche. Es, Jungs! Jawohl! Ja! So! Nintendo 64! I got a Nintendo 64! Ja, okay. Gut. Und dann sammeln wir die ein. Bruder, lass los! Nein! Was? Oh, no! Eieieieieiei! Ja, das ist halt blöd. Wenn man das Level nicht kennt, dann kennt man das Level nicht. Der war gut. Meinst du, ich kann da einfach drüber springen, so? Ja, aber mein Hemd ist auf jeden Fall im Arsch jetzt. Wenn du eine Lava-Plattform schüttelst, wird diese zu einer schnellen Lava-Plattform. Die sind dann auch blau. Im Gegensatz zu weißen, verschwinden blaue nicht. Du kannst auf ihnen also weite Strecken zurücklegen. Oh, cool! Kann ich damit auch in den Urlaub fliegen? Bruder muss los. Die Münzen und der Eisblock bilden so ein bisschen einen Mittelfinger. Ja, danke Nintendo. Genau das gleiche habe ich mir nämlich auch gedacht. Haben wir uns wenigstens verstanden. Schon wieder ein Mittelfinger. Ist ja gut, Nintendo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Immer noch kein Hit? Als ob! Ich cheate! Aber ich darf auch nicht zu schnell... Lass Yoshi alle fliegende Pop-Ups essen oder erreiche das Ziel? Wenigstens keine Sammel-Alle-Münzen-Challenge. Applaus! Ich kann auch jetzt gerade nicht auf Start drücken, weil mein Finger mit was anderem beschäftigt ist. Also Panzer halten, ne? Nur, dass man es richtig verstehen. Sammle alle 50 Münzen ein und erreiche das Ziel. Deswegen habe ich das vorhin nicht hingekriegt und jetzt sammle ich nicht alle Münzen ein! Schrei nicht so. Trage alle 8 Schuharten und erreiche das Ziel. Bin ich jetzt Apo-Red oder was? Tja, dann werde ich euch jetzt wohl oder übel meine Jeezys zeigen müssen. Du stehst heute auf der Gäste lesse. Okay, cool. Jetzt bitte lasst mich aber nicht alle Münzen sammeln hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Soos! Dich schickt der Himmel! Hammerbruder! Ich liebe dich! Willst du meine Frau werden? Ja! Es ist einfach nur mega kurios! Soos! Aber Herr Yamamura, schlafen Sie etwa? Best of! Ist doch toll! Geben Sie einen Daumen hoch und abonnieren Sie anstatt so unfair zu sein. Der war gut. Gut Leute, das war Super Mario Maker für Nintendo 3DS. Wir sehen uns bald wieder bei einem neuen Projekt. Wenn ihr mögt. Ich hoffe es jedenfalls. Euer Nintendo. Ciao!